Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu... Let's play. Star Wars, Clone Wars. Clone Wars? Was? Star Wars. Einfach nur Star Wars. Ähm, ähm, ja, Extras ein, Sicht erleichtert und wir machen einfach mal alles ein. Gänseblümchen ein, Chewbacca trinken, oh, auf jeden Fall. Todesstern abschleppen, auch gerne. Und piep piep, aber Umrisse nicht, Umrisse ist kacke. Es hat sich ganz viel verändert gerade, ne? Irgendwie, von der Grafik her, oder? Habe ich mir das gerade eingebildet? Keine Ahnung. Okay, was fehlt uns hier? Das müssen wir gleich machen. Das müssen wir gleich machen. Wir müssen jetzt erstmal... Was ist hier? Was ist da? Ah, ich weiß es nicht. Okay. Gut, wir müssen jetzt erstmal das letzte Kapitel machen. Ja, Story. Episode 1. Die dunkle Bedrohung, Kapitel 6. Ja. Bath Maul. Anakin Skywalker hat die Droidenarmee der Handelsföderation vernichtet, aber im königlichen Palast tobt immer noch ein erbitterter Kampf. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi müssen sich noch einem Gegner stellen. Enter. Ja, das Intro davon haben wir ja schon gesehen. Am Ende des letzten Parts. Sieht das geil aus mit dieser vergangenen Verkleidung. Ohne Witz, ey. Schaut euch das an. Das sieht so behindert aus. Oh Mann. Es ist cool. Ohne Witz, ich feier es. Ich feier es so sehr. So, gut. Ich habe hier zwischendurch ein paar Lags. Das ist ein bisschen sehr nervig. Geht weg. Weg, weg, weg. Ich wollte dich nicht angreifen. Okay, was kann ich hier machen? Kann ich hier nicht irgendwie... Irgendwas... Nee? Da oben ist auch nichts, okay. Gut, 100% versuchen wir hier jetzt schon zu kriegen, weil ich glaube wir brauchen dafür keinen weiteren Charakter. Ich glaube das ist immer so in so einem, ich sag mal Bosskampf. Da braucht man nichts. Nichts extra an Charakteren, außer die, die man zur Verfügung hat. Ich kann mich natürlich auch irren. Wie gesagt, es ist Ewigkeit näher, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Geh weg. Danke. Ist da oben was? Nein, auch nicht. Okay. Irgendwie... Was bringt uns das dann, das da aufzumachen? Ich habe keine Ahnung. Aua. Komm schon. Okay, den haben wir. Oh Gott. Ha. Ah. Super. Sehr gut. Okay, wir müssen das, wie es aussieht, eben zurückschleudern oder so. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ha. Uah. Nice. Och Mann. Echt jetzt, jedes Mal? Komm, schieß. Okay, wir müssen uns weiter hier entstellen. Nicht zu nah dran. Bitte. Okay, wie machen wir das? Ha. Oh, verdammt. Ha. Super. Bam. Und wieder warten. Komm, irgendwas müssen wir doch treffen, oder nicht? Okay, den haben wir, den haben wir. Und den haben wir auch. Super. Das war gerade... Okay. Nein, ich will... Danke. Den Tausender wollte ich wiederhaben. Hoi, oi, oi, oi. Das war close enough. Okay. Müssen wir... Ja, müssen wir. Dauert auch gar nicht lange. Super. Haben wir da oben irgendwas? Nein, haben wir nicht. Da oben ist ein Minikit, habe ich gerade gesehen. Schön. Was habe ich gerade... Was habe ich gerade aktiviert? Da. Okay. Jetzt setzen wir das mal zusammen. Haben wir das Minikit, alles klar. Schön. Zack. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir alle Lampen anmachen, kriegen wir irgendwas. Irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas kriegen wir. Was wir jetzt mit diesem Hebel da aufgemacht haben? Keine Ahnung. Ach so, doch. Die Wand hinten wahrscheinlich. Ja, genau. Und das bringt uns ein paar Tausender. Schön. Sehr, 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 sehr schön. Das aufmachen. Das ganze Geld einsam. Wenn man das mal wegspringen muss... Das ist nervig. Ich wollte gerade sagen, geh mal lieber weg da. Quaigong Jin. Okay, das kann ich hoch... Okay. Macht er das jetzt für mich hoch? Ah, okay. Okay. Hoppa. Okay, wir müssen hier doch nochmal mit einem anderen Charakter rein. Mit einem Klonkrieger. Okay. Also Sturmtruppen. Okay. Alles klar. Das hier kann nur von dem dunklen Lord hochgeschubst werden. Also von irgendeinem dunklen Lord. Ist egal, was für ein dunkler Lord. Aber gut. Schade. Das will... Okay, Moment. So. Zack. Aber den Tausender noch einsam. Ich will jedenfalls die Geldquests machen. Also wahrer Jedi. Das will ich jedenfalls machen. Bevor wir das Level beenden. Also... Ja. Damit wir das nicht immer noch machen müssen. Weil das ist so nervig. Dann machen wir das lieber beim ersten Mal und beim zweiten Mal. Rushen wir dann durch die Level und sammeln noch die restlichen Minikits. Ich glaube, das ist viel... ...schöner. Viel angenehmer. Zack. Kriegen wir jetzt was, wenn wir das da oben anmachen? Das ist die letzte Lampe. Nein, kriegen wir nicht. Schade. Nimm, nimm. Nimm, nimm. Das ist so cool, in diesem Fahrzeug zu fahren. Ohne Witz. Wie? Mein Fahrzeug ist weg. Warum ist mein Fahrzeug weg? Okay, Moment. Zack. Ich will das da haben. Ey, komm. Danke. Okay, da brauchen wir nochmal einen anderen Charakter. Okay. Oh, ah, ah. Ich muss irgendwie gucken, ob ich das nicht vielleicht doch mit... ...Dings spielen kann. Mit, mit, mit. Ich... Ich komm nicht mehr auf den Namen. Controller. Weil ich hier echt ein bisschen abkacken bin, wenn ich hier nicht oben und rechts gleichzeitig drücken kann, wenn ich springe oder so. Das ist... Also, ich kann diese drei Tasten nicht gleichzeitig drücken. Das ist so mein Problem. Ich muss nach unten. Oder nicht? Was war das denn? Geht das nicht? Wie? Okay, was brauche ich dafür? Muss ich dafür... Ich glaube, ich muss dafür irgendeinen Schalter oder so umlegen. Ist ja behindert. Komm, wieder hoch. Spring halt voll gegen mich, du Spacki. Was ist denn mit dir? Wird ja da noch ein bisschen steuerbar sein, ne? Der Charakter. Dann könnten wir... ...da sogar so hochkommen. Aber nein. Geht nicht. Ja, ich glaube, wir müssen dann... ...ja, irgendwo da oben müssen wir den Schalter aktivieren, glaube ich, damit wir das da unten runterfahren können. Okay, wir müssen das Level also nochmal machen, ja. Definitiv. Ach, das hatten wir eben schon festgestellt bei dem... Genau, Klunkrieger. Scheiße, stimmt. Okay. Jetzt ist es noch eindeutiger. Kann man sich da irgendwie durchglitschen oder so? Weiß ich nicht. Ich versuch's jetzt auch nicht. Haben wir hier noch irgendwie... Okay, hier ist noch was. Okay, wir brauchen auf jeden Fall auch noch C3PO. Und noch einen Klunkrieger. Okay, wir müssen hier lang. Hup, ha! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hup! Aber bevor wir gegen ihn fighten... Ah, cool. Okay, cool. Geld! Und ein Power-up, okay. Zack. Komischerweise... Hä? Ich war doch gerade wo... Hä? Ich war doch gerade komplett woanders. Aber okay. Gut, wir haben hier nochmal Zeit, hier jetzt alles zu machen. Alles klar. Fuck, ich trinke gerade Kaffee. Warte, scheiße. Ah! Uh! I! Easy! Uah! 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 Herzen! Oh! Hier! Okay, hier lang. Aber wir müssen... Okay. Was machst du denn? Wo jumpt der denn hin? Oh, das ist behindert, ey. Bam! Bam! Okay, den haben wir. Uah! 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 Meine Güte! Okay. Zack. Okay, ich will eigentlich erstmal das Geld wertig haben. Nicht das... Weil wir... Ich werde sowieso nochmal sterben. So ist es nicht, aber... Oh, nee. Seht ihr? Genau das meine ich. Jetzt werde ich nochmal sterben. Gehen wir halt erst auf die andere Seite. Hm, 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 hm mega behindert auch nie okay aber jetzt habe ich zeit mir erst mal das einzusammeln und er spricht einfach in den tod einfach ich will nicht mehr ich du schaust es alleine oben okay der geld zack 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 geld 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 ganz viel money 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 denn es ist funny in a rich means world aha hier ist auch noch genau geld zack 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 haben wir es jetzt gleich mal ja wir haben es bamm 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 okay wir haben wahrer jedi schon mal aber ich will noch das restliche money haben und minikit und ich habe das gefühl wenn wir das power up eingesammelt haben sammelt er geld etc von alleine ein irgendwie zack kommt spring drauf genau ich gehe jetzt immer rechts hin nicht mehr links nein haa okay dann nicht okay zack okay du geld ich habe das doch gehen danke geld schön geld ist super ich mag geld jetzt ach mensch gibt ihr nicht zu erzählen gerade so sind jetzt so ja in level noch ohne action aber die kommt gleich glaube ich bin der meinung ja hier kommt direkt schon dann nicht hier müssen wir jetzt gegen die Turnier Ja, müssen wir. Aber es gibt ja auch noch Sachen zu erledigen. Geh weg. Geh weg. Mann, hör auf! Mann! Pui! Ja, genau. Das wollte ich. Darum komme ich nicht hoch. Nee. Ich hasse es! Ich will doch nur... Ich will das Kitter oben haben. Gib mir das... Gib mir das! Ich will das! Danke! Endlich! Ah, geh weg! So, gibst du noch irgendwo was zu holen? Ich will das erst machen. Mann, ich will da... Da oben konnte ich doch auch was machen. Könnte ich das da oben nicht anmachen? Ach, egal. Danke. Jetzt ist da nämlich auch ein Kid. Nein. Nein, 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 nein! Hör auf! Lass mich in Ruhe! Nein! Ist mir egal. Ich mach das jetzt. Ja! Ja! Wuhu! Ich hab's, okay. Jetzt brauch ich nur noch das andere Kit. Das hol ich mir jetzt auch. Okay, nein! Hör auf! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Danke! Mann, kann ich dich nicht auch mit der Macht irgendwie... Okay, er ist nett. Danke, dass du... Nein! Wieso ich denn jetzt alles... Hä? Wie? Wieso? Als ob... Mann, du hast alles zerstört! Du hast alles zerstört! Und Qui-Gong Jin getötet. Von dem ich nie irgendwie einen Plan hatte. Irgendwie. Ich kannte ihn einfach echt nicht. Ich wusste nicht, wer das ist. Nein! Obi-Wan! Yeah, zack! Hau rein, Bruder! Die Beine! Die Beine haben sich da eben noch bewegt. Als ob sich die Beine da noch bewegt haben. LOL! Ja, GG, ey. Wie viel bin ich jetzt am... Fünf nur. Oi, oi, oi. Da fehlen aber noch einige. Story beenden. Stimmt. Wir haben das erste Kapitel jetzt durch. Na, jetzt müssen wir die ganzen... Level machen. Auf hundert Prozent. Yeah! Mit der Maske. Wieso hat er keine Maske? 9,8 Prozent haben wir bisher vom Spiel gemacht. Schön. Aber... Ich will... Die ganzen Sachen... Oh, was ist hier denn? Oh, jetzt können wir hier rein. Episode 1 Bonus! Ne. Das machen wir ganz zum Schluss. Erstmal kaufen wir uns noch ein bisschen was. Danach... Im nächsten Part geht es ja weiter mit Sachen machen. Also... Komplett das erste Kapitel abschließen. Ey! Ich will... Danke. Ähm... Code eingeben. Ach, nee, 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 nicht Code. Steine. Wir können ja... Drei ist gesperrt. Zwei haben wir gekauft. Eins können wir uns kaufen. Genau. Okay, schön. Extras hatten wir alle, ne? Obwohl, können wir uns jetzt einen Power abkaufen? Ne, immer noch nicht. Mh, 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 mh. Warf Maul. 60.000? Scheiße! Wir brauchen 60.000, oder? Wir brauchen den... Brauchen wir den... Brauchen wir die rote Macht im ersten Level? Ich habe keine Ahnung. Shit. Naja, Leute. Dann würde ich sagen, wir wenden jetzt erst mal den Part. Rote Steine. Was sind denn die roten Steine? Die blauen Kids? Hä? Naja, okay. Wir wenden jetzt erst mal den Bart, Leute. Und sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Wenn wir Episode 1 komplett abschließen. Mit 100%. Und ja. Ich würde sagen, haut da rein. Das ist sehr, sehr sorry, Herr. Wir machen das, Und ich bin... Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. mal kurz der Zahlen. Ich habe mich sehr.